Thomas Müller nach der Niederlage gegen Japan. Er hat 1-1 gemacht und dann sind die komplett durchgedreht. Die sind dann komplett nach vorne gelaufen. Dann haben die das Spiel gedreht. Kojiro hat dann oft zu Borsa geflankt und dann haben die 2-1 gemacht. Dann kam Borsa laut. Dankeschön. Digga. Jogi, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, Alter. Ich dachte, was ist das denn jetzt?